Hallo, das ist Kletten und Mark Cube Spawn jetzt, richtig? Super. Auf jeden Fall, ich brauche Terracotta demnächst, wenn ich die Außenwände noch verschönern will. Jetzt brauche ich helles Kratz, ob wobei, nee, blau, light blue und braun. Wolle oder was? Ah, den habe ich gerade aus dem Schrank geholt, den Rest hole ich mir dann da unten. Das, das und das. Ihr seid beide in der Mobfarm, oder? Nee. Wo ist Darko? Im Wasser. Ich habe hier zwei von diesen. Ich sehe dich. Ich werde mal ein Bild davon gemacht. Darko und seine Kinder. So heißt die Folge. Al, kannst du pennen? Ja, deswegen wollte ich ja, weil ich gehe in der Nacht nicht mehr raus. Ich kann nicht, ich habe einen Mob in der Nähe. Warte. Ich kann auch eben springen. Nee, kann ich nicht. Ich habe Monsterfeuer, Mobfarm. Wo ist die Spinne? Liege. Ja. Du musst dich nochmal ins Bett reinlegen. Ach so, ich dachte, so. Darko. Darko? Ja, kann es sein. So ist schon. Sehr gut. Dann, ja. Geht es jetzt nach oben los? Äh, das habe ich mit Clean Stone alles gemacht. Scheiße. Habe ich da noch was? Ja, habe ich. Dann können die Stonebricks Dinger wieder hier hoch. Ähm, Crafting Table brauche ich. So. Ja. Dann versuche ich mich jetzt mal darin, ein Schwertcraft zu bauen da oben. Was für ein Wartel zu den Schwertcraften? Äh, nee, ich will ein Schwert bauen auf der Mobfarm. Ach so. Ja, ich gehe jetzt auf knapp 0, der will runter mal eben. Bei dir wird gerade ein Enderman gekillt? Äh, nee, ich habe aber einen teleportieren sich gehört. Ich habe gar nichts gehört. Ähm, jetzt habe ich die Dinger. Ich habe das doch. Ey, ich habe doch eine Werkbank dabei. Ich brauche das da. Und ich brauche das da. So, die Mitte ist 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist hier. Und das ist 5. Also kommt das 3, 4, 5, 4 hin. 3, 3, 3, spinne du bist im Weg, verschwinde. Der Enderman hat eigentlich gleich einfach auf 10 und 2 Glas in den Dirt lock gesetzt. Wow. Das ist ein Grasblock. Das darfst du nicht verwechseln. Ne, ein Dirtblock. Ist doch auch schon egal. Ne, Grasblock. Du könntest mal eine Fiktatsch davon und kriegst das Blöcke raus hören. Ist ein Unterschied zu einem Dirtblock. Na gut, das ist trotzdem gleich hässlich und gleich nutzlos an der Stelle. Naja, hässlich und nutzlos ist es an der Stelle vielleicht schon, aber nutzlos an sich ist es nicht. An sich nicht, aber in dem Kontext, ja gut. So. Das müssten 2 hoch sein. 1, 2, das dritte und dann... So. Wenn ich mich nicht täusche. So. 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 Und so. Ehm... Oh, schau, ob ich krieg das hin. ich habe den scheiße ich habe ich hätte was anders umbauen sollen dass man das schwarz ausseitlich sieht das soll so gebaut werden dann muss der kreis so rum kann ich dort gleich das einsetzen Zwei. So, nehmen schon mal zwei Stück. So. Und so, genau. Und jetzt kommt hier das Schwert hin. Äh, blau, das, das. Das, 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 das. Riecht das so hier nicht schon aus? Ne, eine Reihe noch. So. Und jetzt hier unten der Griff. So. Ich das hier erstmal wieder abbauen. So. Das ist. So. 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 Dort und dort hellblau, dann da unten der Griff und nochmal was blaues. Was ist das so? Oder ich mach den dünn. Dann kommt das weg, das weg, das weg und... Ne, das sieht dann scheiße aus. Ja okay, es wird nicht ganz ein Dierschwert, was ich hier mache, aber man erkennt, was es darstellen soll. Okay. Ich brauch bloß noch zwei, drei hellblaue Blöcke. Eins, zwei... Dann suche ich mir so eine schöne Stelle zum zweiten. Zwei hellblaue und ein dunkelblauen. Hab ich Schere dabei? Ja. Ähm, könnte zufällig jemand schlafen? Ich bin gerade in die Höhle gegangen. Was ist doch im Näht da? Äh, ne, da ist mir zu viel Lava. Ne, hoch, an die Decke bauen, da ist überhaupt keine Lava. Ne, ich bekämpfe ihn lieber so, dass er... äh... Ich bekämpfe ihn lieber unten. Du bekämpfe ihn lieber so, dass er theoretisch ausbrechen könnte und die halbe Stadt zu ihm schon unter Nasche legt. Ah ja. Punkt für dich. Ne, da kann er uns nichts anhaben, sag ich mal. Ja, da war wieder ein Dia-Teil, was kaputt gegangen ist. Oh Mann. Ähm, die hellblauen dahin. Ein dunkelblaues dahin. Wobei, die kann ich sogar so machen. So, jetzt muss ich aber trotzdem meine Gold-Prost-Platze dann mitnehmen. Äh, ich kann mich dann noch mal schlafen legen. Neak. Ähm, ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ähm... Tschüss Tag. Eigentlich dürfte der, ne, weil ich zum Boss ist ja nicht, äh, gebucht sein, meiner Meinung nach. Würde ich nicht drauf wetten, aber... Ähm... 1, 2... Ähm... Der Ender Dragon wird wahrscheinlich nicht gebucht sein, aber von welchem ich hundertprozentig bin. Ne, der ist es auch nicht. Ähm... Scheiße, ich hab'n Problem. Ich hätte das ernst weiter nach oben bauen sollen, alles. Oh Mann. Oh. Läuft. Hellblau, hellblau, dunkelblau. Und das jetzt alles um eins nach drinnen verschieben. Also dorthin. Also weg, weg. 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 Braun. Und da auch noch mal braun. das ist zu viel braun man kann die wolle wenn ihr irgendwas mit wolle baut bitte nicht hast du jetzt das ganze abgebaut zum glück nur den griff die braune wolle also die überträgt sich nicht auf andere oder und ich habe ein schönes geräusch im ohr gehabt ich auch was war das der gewisse er aber das ist ja nicht mehr in unserer welt co2 noch bei uns ich habe wirklich dieses so ja ich auch und das heißt dass das ist seit dass du sagst das bohren wurde er ist weltübergreifend dass man es hat ok stecken gekült wird das hat man auch weltweit oder wenn er das wort ich weiß nicht auf jeden fall weltweit ich muss sagen dass die erschwert ist mir gut gelungen hast du nicht vor fünf minuten gesagt das könnte schief und krumm aussehen ja durch diesen kreis weil dort dieser griffschutz durchgeht sieht es ein bisschen kacke aus aber dafür ist es mir trotzdem gut gelungen hier brauche ich dann 1 2 3 4 5 6 ich habe genau die sechse da setzt sich erst mal hier oben hin dann muss ich die immer herumschleppen ich bin zufrieden ja das ist ein anstrengender kampf dauert das länger als sonst standard gemäß oder ist ein bisschen gebacht ja gut wegen ein bisschen geht es aber weiter nebens regeneration ja die hat er ja die hat er standard war mir doch ohne das auch vergleichsweise größere als normal naja dann wenn es weiter nix ist und macht ein bisschen mehr schaden also auf elder kraft habe konnte ich ganz in ruhe klatschen ohne probleme und ich habe nicht wirklich der mitsch gekriegt weil ich das gar nicht gestorben weil ich ihn fünfmal nicht getroffen habe weil ich das nämlich immer ganz oben mache an der decke und da gibt es keine probleme eigentlich aktivierte tippen modus ich weiß halt wie ich mich wie ich das dort oben bauen muss damit ich nicht wirklich erwischt werden und der mitsch krieger ja aber es gibt ja auch du kannst ihn ja oben in diese decke irgendwie auch vertreten teils festpacken wenn ja auch das das mache ich nicht also dass auf elder kraft mache ich sowas zum beispiel nicht der kraft wäre der einzige so ist gemacht hätte da habe ich doch schon mehrere geklatscht ohne das zu machen ja weil auf elder kraft geht es ja darum geld zu machen da würde ich drauf machen aber so aber ganz ehrlich dort habe ich schon ewig kehn der mob mir ja so ein boss mob geklatscht ich bin eigentlich schon unter tage alles machen so ähm was mache ich denn jetzt noch wenn ihr den cobblestone penis im nether seht dann ist das da wo ich habe ich mir da mit einer markierung gesetzt weil ich da mein dings im abfall ja so ich bin immer ich erinnere mich eigentlich an was also er geht an sich mhm wird schwer die fressattacke und die lehnsreignation sind nur schlimm ja wenn er anfängt blöcke kaputt zu machen soll es man nicht in der nähe stehen das macht fünf herzen ja Trotz Full Deer. Und ansonsten, der hat halt eine etwas erhöhte Lebensregeneration. Also so schnell habe ich den noch nie regenerieren sehen. Ja, wenn es weiter nichts ist. So, und jetzt kommt das Obsidian, was du mir vorhin gegeben hast. Das ist Ike in Place. Jetzt kommt das und wo habe ich das andere zu? Da. Hm. 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 So. Wollen wir doch mal gucken. 4. Ach so. Hm. Ich verstehe. Ich verstehe. Mach dir erst sehen los. Ja. Hm. War das so, du wolltest. Okay. Hm. Ich muss mir erstmal eine neue Tierrüstung machen. das geht nicht. Ich habe hier noch eine mit Protection 2. Ich wollte gerade fragen, kauf einen Helm habe ich noch. Protection 1 Schuhe. Was kostet mich die Reparatur der Hose? Stimmt zu sagen. Wo ist mein Minecraft? Da ist mein Minecraft. Wie weit geht der Beacon eigentlich? Ich glaube nicht so weit, dass Icon z.B. verfaktet ist, wenn er Gottes. Ne, ist er nicht mehr. Also, es ist doch erst mal der erste und der hat auch erst mal nur Speed. Jetzt meint ein Goldblock, dumme Frage. Ja, ich bin mal kurz auf dem Weg zum Dorf hinter.